Musik 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 Es ist ein Tag mit einem Sportman oder einem Sportstar, wenn du möchtest. Wir kennen ihn als Basketballer, aber wir kennen ihn als Basketballer. Er hat einen M10 und 825-Job gearbeitet. Wir werden ihn mit dem Basketballer sprechen. Wir werden ihn mit ihm 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 sprechen. Wir gehen einfach ins Fußballer und gehen mit ihm. Jody, was ist es? Wie geht es ihr? Wir wollen die Nation, wir wollen alle wissen, wie Sie wissen. Wir wollen Jody Shiba, außerhalb der Basketballer und über der Arbeit, wo ist Jody Shiba? Okay, nein, danke. Das ist mir. Ja, mein Name ist Jodi Shiva, ich weiß nicht, aber außerhalb davon habe ich eine andere Persönlichkeit, das ist Golf. Das ist wahrscheinlich die Hauptsache, dass wir jetzt hier sind. Das ist die Hauptsache, dass wir jetzt hier sind. Aber jetzt, wo wir uns gehen? Okay, so what I usually do outside the main tournaments, this is where I actually prepare myself. So this is the MTN golf practice range. So basically, this is where you get a couple of balls and then you do your routine. So right now, you know we want to pick up some new Pershing. Right now, we're going to walk in and wait for Jodi Guta Shinje, we're going to golf, because he wants to look the path. I'm not saying anything with this, but... I'm not saying anything, though, to Jodi. I'm not saying anything, though, to Jodi. But it's that we're going to be able to get to Jodi, so pretend, because we're going to be able to get to it. Jodi, let's talk in and see if we can. I need to get my changing stuff from Langemophia. This, in I'm going to be able to get to these kent vamos. My golf play all the way with a course and do a course, so it's not the perfect thought to this, but it's got to get to them all the way with a course. I am going to make a weight to these new tagliers. As I mentioned, I had a French armour beat for the swimmingaciones, because it tells me, I don't want to get any weight. It did that the Simon seed, So right now, I like to be able, I practice at each of my shoulders when I get to it. So I practice at every more and most of my shoulders, and I want to invite something to take over, and a little bit. So, I love this to get to achieve it all. Ich werde mir die 10 Euro machen, um die 10 Euro zu tun. Ich habe das 10 Euro für mich. Das ist die erste Zeit. Ich werde die 1,5 Euro machen. Das ist auch wichtig, dass du den Ball anstattest, wenn du den Ball anstattest. Du hast die Fläge, dann hast du den Ball anstattest. Das ist eine Praxis-Range. Du hast dann den Ball anstattest. Wenn du die Fläge anstattest, kannst du den Ball anstattest. Du hast die Fläge anstattest? Ja. Wenn du die Fläge anstattest, kannst du den Ball anstattest. Wenn du die Fläge anstattest, kannst du den Ball anstattest. Ich muss das so schnell anstattest. Wie oft hast du das? Du hast zwei Mal in der Woche. Wie ist das? Das ist nicht genug. Wenn du dich anstattest, dass du die Arbeit und die Sport anstattest, kannst du den Ball anstattest. Die Idee sollte jederzeit sein. Wenn du dich wirklich gut anstattest. Okay. Wenn du die Fläge anstattest, kannst du den Ball anstattest. Wenn du die Fläge anstattest, kannst du dir gleich hinweisen, Ja. Aber nur den Ball anstattest. Ich bin der Ball anstattest. Aber wir leben. Das ist der Ball anstattest. Ich bin der Ball anstattest. Warum? Wie ist es? Wie ist es? Golf ist ein sehr faszinierender Ort. Es ist ziemlich komplex, aber mit der Zeit, man hat es gefühlt. Wir nennen es irons. Es gibt eine bestimmte Zeit. Wenn der Zeit ist, dann probier man einen Sefen. Dann probier man einen Sefen. Und die Sefen. Das ist die Mengen. Das war bei Ihrem Perspektiv. Wunsch das. Was der 눈stabler ist, wenn man einen Sefen hat hat, wenn man einen Sefen hat, wenn man einen Sefen hat. Wenn der Sefen hat, wenn man einen Sefen hat, dann will man einen Sefen hat. Wie ist es, dass Erwin oder die Sefen hat? Nein, es nicht. Es ist sehr wichtig, die Distanz zu wissen, die man von der Bühne spielt. Das ist das Grund, wenn man auf der Bühne spielt, 50m, 650m, 650m. Wenn man die Bühne spielt, dann gibt es die Bühne die langen Distanz. Jetzt ist es so, dass man die Bühne spielt. Wenn man die Bühne spielt, dann kann man die Bühne spielen. Wenn man die Bühne spielt, dann kann man die Bühne spielen. Wenn man die Bühne spielt, dann kann man die Bühne spielen. Ich weiß, wenn du Bühne spielt, warum hast du Bühne spielt? Erst und erst einmal, Bühne spielt die Bühne spielt. Das ist das Bühne spielt. Ich gebe alles. Also, nach der Professionell-Versionale-Versionale-Versionale-Versionale-Versionale-Versionale. Das ist eine Sporte, die man sich um die Bühne zu verbinden. Mit den Menschen, Nummer 1. Für mich ist das eine der Gründe, warum ich es um die Bühne spielt. Nummer 2 ist auch ein LATB-Sporte. Es gibt keine physische Bühne, wie es sich für die Bühne spielt. Also, für mich fühlte ich, dass es ein Sport ist, was für die Bühne spielt. Das ist ein Sport, das sich um die Bühne spielt. Das ist ein Sport. Das ist ein Sport. Das ist ein Sport. Ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Ja, ich bin. Ich verstehe. Es ist ein Sport. Es ist ein Sport. Es ist sehr, 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 sehr das Competenzial. Es ist ein Sport. Es ist ein Sport. Alles ist ihr Spaß. Es ist ein Sport. Wenn du es langsamerisch ist, dann spinn dich nur ein bisschen. und Lumi senden, dann go back and play. Okay, I'm a marketing manager, working for MT in Swaziland. So that is basically my 8 to 5 job. Professional life is marketing, basically. Okay, so right now we're in the Coronation Park, we're going to have to go around, we're going to have to go around, we're going to have to go by team, we're going to have to go around, so right now we're going to have to go in the off season. So they usually come here battle with players from other teams, but they also have to go in the corner. So right, Stambona, go to Ngabe Kona. Kakan Ufutite, who speak up in the sport. Basketball has been around since, since, since. So Stambona, go to Ngabe Kona in the corner. But I'm challenging the pleasure, I'm challenging the pleasure one time, one time. Oh, come on. You can play anything. You can play anything. I wish to stop a quote in everything, but you can play anything. Apparently, if I said, I'm not going to go to Ngabe Kona. But then, Stambona, it's not about me. It's not about me. It's not about me. It's not about me. It's all quote. Before Ngabe Kona, Stambona, when did you actually start? When did you play basketball? Okay. I started playing basketball when I was doing my Form 1, in Silesian High School. I've always wanted to be different. So, basketball was probably the road I just traveled from at Silesian High School at Silesian High School. And also, based on Silesian being a scholar, there's lots of mixed races. So, it just looks like something sport which was different, and it was fun. So, that is how I picked it up, basically. and when I was here, then, I went to Kona to Kona to Kona to Kona to Kona to Kona to Kona. So, you have the basketball. You have to go to school and you have to go to school? Yeah. So, you have to go to school and get to school. Okay. that is where I brought up. I brought up my friends. And I brought up my friends. So, every time, I attended my school, I brought up my lunch time, after school, holidays. That is where I brought up my friends. So, pretty much from my secondary high school, that is where I played basketball, that is where I picked it up. When I moved to Form 5, Form 4 and Form 5, that is when I played for Team Colmanzini Superstars, which is Team Yaga Manzini, which actually picked up just some of us, Sakula, to actually play for the Senior League team. Oh, all right. So you play for Superstars. Right now you're playing for Mbamaniches. Yes. How do you play for Mbamaniches? Okay. God willing, I made it to, I enrolled in UNISWA. So, first year, when I was playing for my first year, that is when I then started playing and then HS Youngbu, I was still playing for Superstars. I was still playing for Superstars and then they picked me after a game that we won. I actually made the winning shot for that game against Mbamaniches when I was doing first year and then they actually recruited me from Manzini Superstars. Yeah, so that is how they played for the chess. Okay, yes. I played for, I was called up for the National Team Under-18s. It was one of the first National Team Under-18s. Collab that I actually played for. And then since then I've actually played for every National Team that has actually come up. Yeah. So, you've been there, you've always been there. Yes, I've always been there. So, you're playing basketball. You've represented the country. Our nature is Superstars. What's your plan? We are playing basketball. I understand good. So, pick up golf. So, basically, you're cheating basketball with golf. So, but then, what's your plan with basketball? Obviously, when you grow older, I'm at Sambo, you know. So, as you can see, you have to play too. So, you need to jump. You need to jump and you need to do that. So, for me, golf is a transition sport like Jeobang Shito. But, in terms of basketball, I am basketball. My plan is to carry on assisting in developing the sport. My young stars in that. So, before we get to Laapo, Ceci Koshua, the most important part would say, this year, I'm Babane Jazz. You're my champions in MTN Basketball League in Scotland. Sure. My champions. For the same team, I had a launch of it. Tell us about that. The season, Jeiigi. If you're going to join the phone, you know, since then, I win a championship. How was that? And, apparently, you defeated Superstars? Yeah, we did a note. Steals. Steals. Yes, yes. Manzini Steals. Yeah, in the finals. Tell us about the... Okay. I mean, this year has been phenomenal for basketball. Before, the league has been running, but it didn't have a sponsor. So, teams were playing for the love of the game. You know, like we've always been doing. But, this year was different because then MTN came through and then put in some money and then it was a whole different ball game. It was competition. We had players from South Africa, from Zimbabwe, coming to play. And also, we had ladies' teams. So, the competitiveness was very, very high. So, it is a very tough league. But, us being the Jays, you know, we've been around for some time and we hang on and we won it. So, was it a piece of cake? No, no, no. It was not. It was not a piece of cake. I mean, we... It was pretty tough. Like, as I said, teams actually brought it. Like, the finals was best of three. Yeah. We had to take it to game three. You know, if it was a piece of cake, I'd say we're not game two. Not game two. But, we had to take it to game three, where we then won it. Yeah. Well, congratulations again. And it's going to be even more difficult, the Nexus, in trying to defend it, because... Balcon. So, both hands. Practice on the left. Left hand, one. And then, also, left hand, there. What position do you play? I play shooting. Shooting card. Oh, yeah. Yeah. That's why we go... have something to eat. Sure. Lapocona. Don't leave me. Where I said to ask a guy. Yeah. Because of... Well, not necessarily. Now and to eat. Sure. It's one for the food. Right now we're going to take us. wo ihr eigentlich habt ihr lunch? Entweder bei Hause oder bei jemandem anderen. Ihr könnt euch sagen, es geht jetzt. 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 Nein, kein Problem. Die Sonne ist sehr, sehr heiß. Und es ist festiv. Die Hausen sind voll. Ich habe meistens mein Lunch bei der Barwana Club. In der Alba Millen. Ich denke, von hier, wir werden etwas essen. Ich werde euch die schönste Menü wählen. Und dann haben wir auch coolen Trinken und Wasser. Okay. So, jetzt gehen wir etwas essen. Es ist ein Restaurant. Es ist ein Restaurant. Es ist nach unten. Es ist eine leukeführung, es ist ein Restaurant. Es ist es auch eine große Leitze. Es ist ein Wasser. Es ist ein Wissen. Es ist ein飯. Es ist so große, es ist ein Liebesitos. Es ist so große Leitze. Es ist so großartig. So, jetzt gehen wir da. Wir sind da. Wir haben etwas zu essen. Ja! Das ist nicht das, das reste nicht ganz, von der Show. Es ist ein Herausforderer. Man muss sich sagen, das ist das die you- Unfall nicht. Mir ist das gelieft. Bring it on! Bring it on! Before or after? Bring it on! Ich bin gut! 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 Ich bin froh! Let's go! All right, sure! All right, so Jody, über die Jahre, Uttara ist ein Basketball, weil er ist zu viel, zu viel, zu viel, aber ich kann sehen, dass du viel M-Metals brauchst, die wir brauchen und wir haben nachher mehr M-Metals als Trophy M-Metals als Trophy Ja, wir können diese aber erzählen uns über die M-Metals die wir haben über die Jahre in Kälanger und was ich sehe seitdem 70 Jahre später und es ist ein Körner du kannst uns über die Ja Ja, um, okay, um, as you can see, um, like I've said, Elion Nogutzi, competitiveness is, is, is quite in me. Um, most of these trophies, um, the medals, like Honolana, are a team medal, so, whereby the team Bengi Tlalela at that point in time, uh, was winning a championship. As you can see, some of them are gold, some of them are silver, and that's between number one and number two. Number one, yeah. Number one and number two. Um, I think the oldest one that I actually have, yeah, 17 years ago, uh, which was the Sprite Isaac Norman tournament. This is a tournament which was inaugural, which is being played at Waterford, uh, in memorial of, uh, Isaac Norman, who was a student. Um, and then this tournament was done on his behalf. So, this is one of the first, first, first medals that I actually have. And then from there you can see 2001, 2002, uh, up until 2017, and I'm still collecting. Of all the trophies you've won, we'll look at Korea, yeah, I've got a solo today. I've been given to you a lot to win now. You can be the Olympic, no, okay. No, okay. Okay, um, obviously, it will be this one, yeah. So, this is the most valuable player award. In your average sports, in your average, like, daily, daily sport, if we're talking about football, if we're talking about football, what are you talking about, when was this? Uh, 2013. So, it took me 12 years, eh? From your first until you got, you know, yeah. Yes, until I got this. And so, this is quite special because, you know, now, so, 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 if you are now recognized to be the player of the year for the season, um, so, for me, this is the one, yeah. And what about this big one? Okay, um, this is a team trophy, uh, which is the latest that actually got, uh, this year, now, 2017, uh, on the, we had a tournament, uh, trade fair tournament, that you actually had. Actually, this is a back-to-back, so, we're actually defending it. Uh, so, we got to keep the trophy as well. We won it last year, and then, we won it this year as well. So, you, you mean to tell us, Gutsi, you won the M10 league, and you won the trade fair? Yes. So, we, um, the plan... Can I just go back, say, and ask again, Gutsi, was it a piece of cake? Like, I mean, I mean, you got every trophy, but I didn't have a decision. Yeah, well, fortunately, in life, if you have medals to show, Gutsi, to show for hard work. Yeah. Hard work of pain and struggle, but at the end of the day, this is sweet. Yeah, I won it. But it was not easy, but at the end of the day, we were happy with Gutsi actually, managed to actually come out victors. Well, uh, Ngubongere in all your achievements over the years. For sure. Uh, but it brings me pain, Gutsi, right now, of all the trophy, the medals you have, that actually challenges Lesbani. Mera 방at nacho. Uh, we'll have to wait and see. But I doubt. Ich glaube. Das ist die Teil der Song der Siska-Ti. Das ist die Teil der Song der Siska-Ti. Und natürlich, wir machen die MAK-Pups mit der Lok-Sin-Gin. Weil, Georgie, die Challenge ist, ohne Tadayen, er wird erst mal gehen. Ich gebe ihm drei Chancen. Nach dem ersten Mal, der Siska-Ti-Gin ist, der Siska-Ti-Gin ist, und sieg und sieg und sieg und sieg und sieg. Georgie, es geht um euch. Ich bin ein Mann, der Siska-Ti-Gin ist, der Siska-Ti-Gin ist. Ja, du bist erst mal. Also, bereit, wenn du bist. All right, show. Krendi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich bin kein Entfüschen, auf den Aufmerkungen und auch ein Entfüschen. Ich verschwinde dich noch kurz. Der Siska-Ti-Gin ist zum Ausmutter. Ich bin einfach ein Gewitzen. Ich bin ein Geist mit dir. Aber ich bin ein Geist. 2nd chance, 2nd chance 91 und 16 2nd chance, 2nd chance, 3p 1,500 x 3p 2p 5-6-5-7 In 2nd chance 5-6-8-5-0-5-7 Ich habe meine Schwarz mit mir. Basketballball? Aber du hast eine Schwarz. Ich kann es nicht mehr verletzen. Aber ich kann nicht mehr gehen. Ich werde ihnen sagen. Ich bin der Mond. Ich bin der Mond. Natürlich, ich bin der 91, nach 3-Jahren. Natürlich. Das war 4. Ich bin der 4. Ich bin der 4. Ich bin der 4. Ich bin der 3. Das war mein Herz. Der 1st war D.K. Er war 17. Der 2nd war. Der 2nd war. Der 2nd war ein Profesional Soccer Player. Ich werde das mal wiederholen. Der 1st war D.K. Er war nur 61. Ich bin der 1st. Ich bin der 3 Sha der Ball vom ersten und schon, der 1st war. Der 1st war. Ich bin der 2st. Und ich bin der 9. Ich bin der 1st. Och das war ich, 12 Jahre alt immer. Ich habe mir die 9. Ich habe die Idee, wie ich sage. Ich habe 1,5 Jahre alt. Ich habe die Graben geklärt. Ich habe 3,5 Jahre alt. Wir werden hier sein, dass wir hier sein können. Wir werden hier sein. Wir werden hier sein. Wir werden hier sein. Aber jetzt, wir gehen und sehen, was wir haben für lunch. Es ist lunchtime. Jody, das ist der letzte Teil der Show. Okay. Wir haben Pizza. Wir werden hier sein. Aber wie ein Sportman, wir werden hier sein. Wir werden hier sein. Wir werden hier sein. Wir werden hier sein. Obviamente, als Sportperson, Sie haben Ihre eigene Saison. Und auch Ihre off-saison. Wenn Sie Ihre eigene Saison, Sie müssen sich sicher, dass Sie Ihre Cubs haben. Sie müssen sich zu machen. Wir müssen zu machen, Sie müssen sich die Stamina machen. Sie müssen sich sicher, dass Sie eine Menge Protein haben. Das, als Sportperson, kann man sich die Energie. Aber es ist wichtig, dass Sie eine Routine auf die Sie folgen. als Sportperson und auch bei Kuma-Teams haben wir die Bandabakai-Darren zu sagen, das ist das, was man muss zu essen. Und wenn es die Kacita-Shirana ist, ist es, wenn es um die Woche geht, ist es während der Woche, ist es off-season oder nicht? Also, wenn es das jetzt in Weikvega ist, würden Sie das essen? Nein, und ja. Nein, in dem Sinne, dass wenn es um die Woche geht und es um die Woche geht, dann würde ich es nicht. Aber jetzt, wenn es um die Woche geht, kann man einfach nur ein oder zwei. Aber ich würde nicht, als Sportperson. Ja. All right. Vielen Dank, Charlie, für uns folgenden Sie. Wir gehen zum Praxis, wie gesagt. Obwe, Basketball. Ja. Wenn Sie aus der Sport in Oktub-Kalini kamen, dann haben wir jetzt lunch in Italien. Ja. Ich würde sagen, es war ein guter Tag. Ja. 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 Also, jetzt, wir kommen jetzt mit dem Kalkan, mit dem Kalkan und mit dem Kalkan. Ja. Und wir gehen jetzt auf unsere Lunch. Okay. Nicht in Pils-Den, aber in Pils-Den. Ja. Also, meine Damen und Herren, es war schön. Ich bin wieder in Kuba-Nani. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.